habt ihr es mitbekommen es gibt jetzt tatsächlich eine neue version der tagesschau in einfacher sprache wenn andere was anderes behaupten haben sie einfach und ich habe gestern mal reingehört es ist es ist wirklich großartig ich wollte da jetzt einmal darauf reagieren weil es einfach einfach nur noch lustig ist ich weiß nicht für wen das ist ob das für kinder ist oder für leute hier was anderes behaupten haben sie einfach hier noch nicht so lange deutsch sprechen oder so keine ahnung also für kinder oder so kann ich es mir actually ganz gut vorstellen ganz sinnvoll auch aber es ist trotzdem lustig zum anhören und hier gibt es problem mit urheberrecht ja so sieht es aus hat mal herrnustern brauche ich willkommen zur tagesschau in einfacher sprache ich bin susanne holst und das sind unsere vier nachrichten deutschland fußball-em papst franziskus besuch bei g7 mannheim ist das wirklich einfachere sprache oder das ist einfach nur gestückeltere sprache trauerfeier für toten polizisten organspende bundesländer wollen neue regel es klingt einfach ein bisschen bisschen getrennter oder ist es wirklich einfacher und nun zur ersten nachricht deutschland fußball-em in deutschland ist vier wochen lang die fußball europameisterschaft 24 länder machen mit die spiele sind in mehreren großen städten zum beispiel in münchen in hamburg und in berlin das sind alles große städte in der stadt münchen ist das erste spiel deutschland wo gut dass man die stadt noch mal dazu sagt dass es nicht nur münchen sondern die stadt münchen ist bild gegen das land schottland das land schottland da musst du doch wenigstens sagen das land deutschland spielt gegen das land schottland also da musst du auch konstant in deinem wording bleiben was anderes behaupten so ist es ja nichts halbes und nichts ganzes oder das land deutschland spielt gegen das land schottland so viele menschen kommen aus dem ausland nach deutschland ich das land deutschland bitte die menschen wollen die spiele sehen und die menschen wollen feiern die polizei will dabei auf alle menschen aufpassen die polizei will dabei auf alle menschen aufpassen kann man nicht wenigstens sagen dass das die polizei die menschen schützen möchte oder so die polizei bilder bei ganz gut auf alle menschen aufpassen die geben ganz tolle acht auf alle menschen hier kommt ein film zur fußball ehem viele menschen aus dem land schottland sind nach deutschland gekommen das sind hä wieso das land schottland aber nicht das land deutschland ich weiß ja dass das für leute ist die kinder sind oder nicht so gut deutsch sprechen aber es ist schon ein bisschen lustig das land schottland ist doch sogar schwerer zum verstehen als einfach nur schottland fußballfans vom schottischen team in der stadt münchen feiern die schottischen fans mit deutschen fans dieser schottische fan sagt hier ist die laune gut und die laune bleibt auch gut haben die dem haben die dem dann auch gesagt weil sonst verfälschen sie ja das zitat haben die dem dann auch gesagt kannst du dich jetzt bitte mal so dumm ausdrücken wie es geht oder haben die an die betrunkene interviewt weil ich glaubt die drücken sich dann ja auch sehr simpel aus sonst ist ja eine verfälschung vom zitat dieser deutsche fan sagt es ist friedlich das ist gut für die em bei der em sind viele polizisten auf der straße und beim fußballstadion in der stadt münchen die polizei sagt wir passen auf dann das sagt die polizei die polizei sagt wir passen ganz doll auf ist alles das ist gut damit alles sicher ist sicher die polizei sucht kleine geräte am himmel die geräte heißen drohnen es ist legit umständlicher also das macht es legit umständlicher wenn du statt kiewarte mal das macht es doch gefühlt schwerer wenn du noch mal eine erklärung reinpackt was drohnen sind oder ich habe nicht das gefühl dass es das jetzt einfacher für mich zum verstehen macht weil jetzt jetzt habe ich ja noch mal die erklärung bekommen was eine drohne ist gut wenn du jedes zeit thema noch mal erklärst habe ich eher das gefühl es macht schwieriger aber okay die polizei holt die drohnen herunter dann machen die drohnen nämlich nichts kaputt es ist so ein offizielles nachrichtenformat aber da kommt so was und die polizei ist an der grenze von deutschland und guckt wer kommt nach deutschland gefährliche menschen und guckt wer nach deutschland kommt oder wer nach deutschland einreist wird so schwierig aber guckt kommen wer kommt nach deutschland das ist ja schwieriger als wenn man einfach nur sagen würde guckt wer nach deutschland kommt oder sollen nämlich nicht zu den spielen kommen die fußballfans wollen nämlich friedlich feiern alle wollen spaß haben bei den spielen in deutschland und nun zur nächsten nachricht papst franziskus besucht es richtet sich ja nicht nur an menschen die irgendwie eine keine ahnung sprachbarriere was auch immer haben es richtet sich auch an leute die wahrscheinlich einfach ja keine ahnung nicht besonders ich möchte nicht sagen schlau sind aber keine ahnung die halt kein vernünftiges deutsch sprechen es gibt ja auch genug deutsche die kein vernünftiges deutsch sprechen also das ist ja jetzt nichts exklusives so schön dass du reinschauen hat vorhin stress gemacht cooler typ durch bei g7 in dem land italien haben sich die chefs von sieben ländern getroffen die sieben länder sind die chefs erst chef vom land deutschland der der scholz und er ist chef vom vom von von der religion christentum oder deutschland frankreich italien großbritannien usa japan und kanada die länder sind eine wichtige gruppe das g in dem namen von g7 bedeutet gruppe papst franziskus hat die chefs von g7 besucht dazu zeigen wir jetzt bilder hier papst franziskus ist der chef von der katholischen kirche papst franziskus ist der erste papst bei einem treffen von g7 ich sehe eigentlich auch gar keinen grund warum der dabei sein sollte haben sie einfach um für den foto ich weiß nicht aber ich sehe ehrlich gesagt gar keine relevanz aber vielleicht habe ich auch einfach was gegen religion ist franziskus hat bei den chefs von g7 gesprochen über künstliche intelligenz künstliche intelligenz ist wenn computer wie das gehirn von menschen arbeiten nicht wie das gehirn von menschen die diese sendung ja ernsthaft schauen der papst hat gesagt künstliche intelligenz ist gut künstliche intelligenz nein ist es nicht es ist seit wirklich nicht die definition von künstlicher intelligenz aber der papst hat gesagt künstliche intelligenz ist gut wenn der papst das sagt stimmt das auch weil der papst ist der chef aber auch gefährlich sein zum beispiel wenn es um kriege geht und nun zur nächsten nachricht mannheim trauerfeier für toten polizisten das will ich eigentlich gar also das thema will ich eigentlich gar nicht ins lächerliche ziehen aber es klingt halt echt dauerhaft wie eine parodie vor zwei wochen hat ein mann einen polizisten getötet das war in der stadt mannheim der mann hat den polizisten steht auch da und das hast du gerade schon mal gesagt mit einem messer angegriffen viele menschen in deutschland finden das sehr schlimm der polizist war 29 jahre alt in der stadt mannheim gab es eine trauerfeier für den toten polizisten dazu zeigen wir jetzt einen kurzen film durch die stadt mannheim sind viele polizisten gegangen sogar polizisten aus dem ausland sind gekommen bei der trauerfeier waren auch viele kollegen von dem toten polizisten und auch einige politiker und auch in der stadt mannheim haben muss man einfach sehr oft das wort und verwenden viele menschen gezeigt wir sind traurig und denken an die familie von den toten polizisten und nun zur nächsten nachricht organspende bundesländer wollen neue regel in deutschland gibt es viele schwer kranke menschen einige schwer kranke brauchen ein neues organ zum beispiel ein herz oder eine niere ohne ein neues organ werden viele von den schwer kranken sterben es klingt halt wirklich einfach nur dauerhaft so als als wäre das irgend so kai generiertes kai generiertes mim hier oder also ich habe das gefühl es ist teils schwieriger formuliert oder deshalb gibt es die organspende menschen können sagen ja wenn ich sterbe dann spende ich meine organe sie können aber auch sagen nein wenn ich schwende ich meine organ wenn ich sterbe spende ich meine organe nicht diese menschen haben einen organspendeausweis es gibt aber nicht genug okay das muss man nicht sagen aber dann impliziert das gegenteil warum aber erwähnst du die option mit einem organspendeausweis in deutschland deshalb sagen einige minister für gesundheit von den bundesländern wir brauchen eine neue regel in deutschland dann gibt es mehr organspenden die neue regel soll sein alle menschen sind organspender wenn manche menschen nicht organspender sein wollen dann müssen sie sagen nein ich will meine organe nicht spenden die neue ja also ich jetzt um mich politisch dazu zu äußern ich sehe auch einige nachteile dabei weil ich genau weiß dass es manche vergessen werden aber gut keine ahnung vielleicht sollte man es dann einfach nicht vergessen regel nennt man widerspiele vielleicht soll man aber auch menschen die einen organspendeausweis haben einfach irgendwie geld geben oder so was ist wenn man für einen organspendeausweis einmalig 500 oder 1000 euro bekommt würden doch auch schon ganz viele deswegen alleine machen bruchslösung darüber beraten die bundesländer das waren unsere vier nachrichten deutschland fußball-em bitte bitte noch mal gut zusammenfassen papst franziskus besuch bei g7 mannheim trauerfeier für toten polizisten organspende bundesländer wollen neue regeln und jetzt kommt das wetter okay jetzt noch das wetter für dumme ich meine für einfache sprache es gibt es regen danach scheint die sonne im norden und im westen von deutschland danach wonach du hast ja nicht meine uhrzeit dazu gesagt hier steht ja nicht mal nur zeit da stehen auch nicht mal die städte es ist ja wieder gefühlt komplizierter gibt es auch gewitter und wind 15 bis 23 grad das war die tagesschau in einfacher sprache tschüss bis zum nächsten mal okay also ich sag schon mal dass es war ja sendung von gestern ich sag schon mal die nachrichten für morgen also es wird morgen auch teils regnen teils die sonne scheint in anderen teilen wird aber bewirkt sein morgen wird morgens wird kühler sein am mittag wärmer und am abend wieder kühler lasst gerne like und aber bei youtube da damit ihr ganz viele benachrichtigungen bekommt wenn ich wieder videos hochlade und klickt den link auf dem bildschirm an damit die zu meinem touch kommt damit ihr mich live sehen könnt und schlacht dem video ein like da damit ich mich freuen kann